Wärmepumpen Wärmepumpen nutzen die Kraft der Natur gezielt, um Heizwärme zu erzeugen. Sie arbeiten mit der Wärme der Erde, der Luft oder des Grundwassers. Welche Quelle zum Einsatz kommen kann, hängt im Wesentlichen von örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Wärmepumpe produziert Wärme. Eine Wärmepumpe besteht aus vier Hauptkomponenten, vier Bauteilen. Hier haben wir den Verdampfer. Dort wird Energie aufgenommen, die Umweltenergie. Hier drinnen fließt ein Kältemittel, das verdampft bei sehr geringer Temperatur, nimmt Energie also von der Umwelt auf. Dieses dampfförmige Kältemittel wandert hier weiter zum Kompressor, zu einem elektrischen Bauteil, wie eine Luftpumpe. Der bringt dieses Kältemittel auf höhere Temperatur, höheren Druck. Mit diesem Temperatur und Druck kann ich dann die Heizungsanlage versorgen, über den sogenannten Kondensator. Dort wird das Kältemittel vom dampfförmigen Zustand wieder umgewandelt in den flüssigen Zustand, indem es Energie abgibt. Weiter wandert es ins Expansionsventil, wo der Druck abgebaut wird, damit das Kältemittel wieder bereit ist, Energie aufzunehmen. Es geht wieder zum Verdampfer und der Kreislauf ist geschlossen. Die Wärmepumpe hat auch den Vorteil, dass die drei Viertel der Energie, der benötigten Heizenergie, kostenlos ins Haus geliefert wird über die Umweltenergie. Als Umweltenergie stehen zur Verfügung einerseits die Luft, das Wasser, also Grundwasser oder Erdreich, Erdtemperatur. Wärmepumpen werden in vielen Bundesländern von der öffentlichen Hand gefördert. Hohe Qualität bietet das DACH-Gütesiegel. Es gibt zwei Vorteile für den Kunden. Der eine ist der Umweltgedanke, das heißt ich spare prima Energie und Ressourcen. Und der zweite Vorteil spürt man in seiner Geldbörse, das heißt ich habe sehr wenig Betriebskosten zu rechnen. Ihr zertifizierter Wärmepumpeninstallateur hat alle Informationen parat. Das heißt ich habe sehr wenig Betriebskosten zu rechnen. Ich habe sehr viel Betriebskosten vorgestellt.